Es ist an der Zeit, sich auf eine spannende Kehrtwende bei Borussia Mönchengladbach vorzubereiten, denn die Transfergerüchte, die im Umlauf waren, werden nun zu einer von den Fans sehnsüchtig erwarteten Realität, die in den Herzen der leidenschaftlichen Fans rasende Erwartungen und Hoffnungen auslöst. Die Borussia hat in den letzten Jahren mit ihrer Leihstrategie zur Nachwuchsförderung außerordentliches Geschick bewiesen und die Ergebnisse waren äußerst vielversprechend. Spieler wie Rocco Reitz und Moritz Nikolas kehrten gestärkt aus ihren Laien zurück und bereiteten sich darauf vor, einen wesentlichen Beitrag zur ersten Mannschaft zu leisten und sich als wertvolle Rädchen im Getriebe des Vereins zu etablieren. Jetzt ist ein neuer Star bereit, auf dem Rasen der Borussia zu glänzen, Oskar Fraulo, ein talentierter Mittelfeldspieler im Alter von gerade einmal 20 Jahren, der sich während seiner Leidzeit beim FC Utrecht in der Eredivisie hervorgetan hat. Mit beeindruckenden 22 gespielten Spielen, zwei erzielten Toren und vier Assists etablierte sich Fraulo schnell als Schlüsselspieler im niederländischen Team und erntete die Bewunderung der Fans und die Aufmerksamkeit der Scouts in ganz Europa. Da die Laie eine verlockende Kaufoption beinhaltet, deuten aktuelle Gerüchte darauf hin, dass Utrecht großes Interesse daran hat, Fraulos Dienste für einen Transfer zu sichern, der Borussia eine beträchtliche Summe von einer Million Dollar einbringen könnte. Doch Sportdirektor Nils Schmattke beruhigte sich in einem Interview mit der BILD und zeigte sich zuversichtlich, dass Fraulo wieder zum Verein zurückkehren werde. Schmattke war voll des Lobes für die Entwicklung des jungen Talents und bestätigte, dass Fraulo zweifellos dazu bestimmt sei, zurückzukehren und erneut die Rolle von Borussia Mönchengladbach einzunehmen. Diese Nachricht löst bei den Fans eine Welle des Optimismus und der Hoffnung aus, die sich darauf freuen, dass Fraulo in die erfolgreichen Fußstapfen von Reitz und Nikolas tritt und sich als ein weiteres erfolgreiches Beispiel für das Leihprogramm von Borussia Mönchengladbach etabliert. Jetzt liegt der Ball bei Ihnen, Borussia Fenn. Wie nehmen Sie die Nachricht von der bevorstehenden Rückkehr von Oskar Fraulo in den Klub auf? Glauben Sie fest daran, dass er das Potenzial hat, ein wichtiger Teil der ersten Mannschaft zu werden? Teilen Sie uns Ihre Begeisterung und Meinungen mit, während wir gespannt auf das nächste Kapitel dieser aufregenden Fußballsager warten.